Der Film-Doppelpack an Ostern mit Lindsay Lohan. Zuerst in ihrem Film-Debüt als doppelter Zwilling. Was hältst du davon, wenn wir die Plätze tauschen? Annie. Ja? Und gleich danach geht's mit ihrem frisch getunten Käfer auf die Piste. Sehr gut, Herbie. Doppeltes Ostervergnügen. Ein Zwilling kommt selten allein und danach Herbie fully loaded. Ein toller Käfer startet durch. Ostermontag ab 20.15 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017